Herzlich zur heutigen öffentlichen Anhörung in unserem Ausschuss zur Telekommunikationstransparenzverordnung. Dieser Anhörung liegt zugrunde die Verordnung der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahn sowie die Verordnung zur Förderung der Transparenz auf dem Telekommunikationsmarkt, Bundestagsdrucksache 1888.04. Ich bitte die verzögerte Aufrufung dieses Tagesordnungspunktes zu entschuldigen. Es hatte technische Gründe und wir wollten die ordentliche Sitzung einfach noch zu Ende bringen. Ich begrüße Sie, die Sachverständigen, sehr herzlich, ebenso die Kolleginnen und Kollegen aus unserem sowie anderer Ausschüsse für die Bundesregierung, Frau Parlamentarische Staatssekretärin Zypris und weitere Gäste, auch die Zuhörer, die sich über das Parlamentsfernsehen und über das Internet zugeschaltet haben. Ich möchte zum Ablauf der heutigen Anhörung folgende kurze Erläuterungen geben. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir diese Anhörung nicht in thematische Einzelblöcke aufgliedern. Die Befragung wird grundsätzlich unter Berücksichtigung des Stärkeverhältnisses der Fraktionen durchgeführt. In diesem Fall haben wir uns darauf verständigt, dass, um die Opposition stärker zur Geltung kommen zu lassen, wir für beide Fragerunden die Schlüssel 2211 festgelegt haben. Um diese zwei kompletten Fragerunden in der uns zur Verfügung stehenden Zeit von bis 13 Uhr durchführen zu können, bitte ich darum, dass sich die Fragen der Abgeordneten sowie die Sachverständigen möglichst kurz fassen. Dazu für Sie, die Sachverständigen für jene, vor allen Dingen, die das erste Mal bei so etwas in diesem Ausschuss dabei sind. Pro Frage und Antwort ist ein Gesamtbruttozeitraum fixiert von fünf Minuten. Das heißt, Frage plus Antwort fünf Minuten, was bedeutet, dass je kürzer eine Frage ist, eine umso längere Komplementärzeit zur Antwort verfügbar ist und natürlich auch umgekehrt. Meine Bitte zur Erinnerung an die Fragen der Kolleginnen und Kollegen immer präzise den Namen des oder der Befragten nennen. Ich weise darauf hin, dass wir auf Eingangsstatements der Sachverständigen verzichtet haben, weil ja die schriftlichen Stellungnahmen vorliegen. Es wird auch ein Wortprotokoll erstellt und zur Erleichterung der Protokollerstellung werde ich dann, wenn die Frage gestellt ist, die Frage direkt unter Nennung des Namens des Sachverständigen denjenigen, diejenige aufrufen. Ich beginne jetzt mit der Befragung in der ersten Runde. Es beginnt der Kollege Hansjörg, was ist mir, der Kollege Durz, bitteschön. Danke, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Sachverständige, meine Damen und Herren. Ich möchte zunächst meine erste Frage richten an die Frau Weber von der Bundesnetzagentur und möchte mit der Basis der Arbeit an der Verordnung beginnen, einfach mit der Messstudie. Und da hätte ich von Ihnen, Frau Weber, gerne Auskunft darüber, wie denn die in Auftrag gegebene Messstudie über die vertraglich vereinbarte und die tatsächlich gelieferte Datenübertragungsrate aussah und welche Ergebnisse diese Studie erbracht hat und wurde denn hier bei Unterschieden hinsichtlich der einzelnen Technologien, Produkte und Anbieter, wurden hier Unterschiede festgestellt. Frau Weber. Entschuldigung, die Studie wurde von unserem Referat 114 in Auftrag gegeben. Man hört Sie kaum, also Mikro ist an, aber ziehen Sie das Mikrofon ganz zu sich her. Ich bitte Sie ganz laut zu sprechen. Also die Studie wurde von unserem Referat 114 in Auftrag gegeben und sie beinhaltet genaue und auch veröffentlichte Daten hinsichtlich der von Ihnen Erfragten. War das die ganze Antwort? Ja. Jetzt fragt Kollege Bartl. Meine Frage richtet sich an Herrn Kriegeskotte und Herrn Lefmann. Wir haben gerade von dieser Studie gehört, nach der der Kollege Durz gefragt hat und es sah ja lange Zeit so aus, als würde man aufgrund der Studie auch zu einer freiwilligen Vereinbarung, zu einer nicht gesetzlichen Regelung kommen, damit man zusätzliche Bürokratie aufbaut und so weiter. Jetzt haben wir vier Jahre da rumgetan und es gibt aber immer noch die Meinung, wir brauchen vielleicht gar keine solche Verordnung. Würden Sie vielleicht aus Ihrer Sicht sagen, ob und warum Sie einen verordnungsmäßigen Regelungsbedarf sehen und in etwa, worin der im Wesentlichen besteht und warum es nicht zu dieser freiwilligen Regelung kommen konnte. Zur Antwort zunächst Herr Kriegeskotte. Und denken Sie daran, dass Sie ein bisschen was noch überlassen für Herrn Lefmann. Okay, insgesamt fünf Minuten. Ich bemühe mich, Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Abgeordneter, Herr Bartl. Vielen Dank für die Frage und auch für die Einladung zur heutigen Anhörung. Wir haben in der Tat vor, ich meine etwa vier Jahren, aus der Branche heraus einen Vorschlag erarbeitet, um die Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher im Bereich des Internetzugangsdienstes zu verbessern. Da gab es auch einen intensiven Dialog mit der Bundesnetzagentur. Es gab am Ende aber insbesondere einige kleine Anbieter, die sich diesem Branchenvorschlag in der Form nicht anschließen wollten, sodass die Bundesnetzagentur eben sich darauf verständigt hat, hier eine verbindliche Verordnung für alle Marktteilnehmer festzulegen. Wir haben seitdem auch einen sehr intensiven Dialog mit der Bundesnetzagentur als Branche geführt und können daher auch ein Stück weit jetzt aktuell nachvollziehen, dass man diesen Weg gegangen ist. Wir hätten die Selbstverpflichtung auch gerne umgesetzt, hätten auch in Detailfragen einige vielleicht möglicherweise Vorteile auch gesehen. Nun ist es so, dass wir mit der Transparenzverordnung umgehen müssen, sehen da, aber da kommen wir vielleicht im Weiteren dann auch noch zu einige Problemkreise, was den Geltungsbereich angeht, das Produktinformationsblatt in einigen Detailfragen und auch insbesondere die Informationen auf der Rechnung. Herr Lefmann. Ja, schönen guten Tag. Warum ich glaube, dass es eine Verordnung, eine Regelung geben muss, ist einfach die Tatsache, es hat sich gezeigt, dass die Provider doch sehr unterschiedliche Ansätze hier fahren, wie sie mit der Transparenz gegenüber den Kunden umgehen. Und genau das ist der Punkt, wo meines Erachtens in den letzten Jahren keine Einigung anzielt werden konnte, womit ganz klar für mich belegt ist, dass wir eine Verordnung in der Richtung brauchen. Dankeschön. Jetzt Kollege Lämmel. Ich hätte eine Frage, das könnte man vielleicht teilen zwischen dem Herrn Riewertz von der Telekom und vielleicht noch Frau Tilli. Es geht ja jetzt in der Transparenzverordnung auch darum, wer wird praktisch in dieser Transparenzverordnung oder welche Verträge werden in der Transparenzverordnung erfasst. Und meine Frage ist, weil es im Vorfeld dazu einige Diskussionen gab, was ist Ihre Meinung, sollen hier in dieser Verordnung nur privatrechtliche Verträge, also mit Privatkunden erfasst werden oder auch Geschäftskunden? Und wenn Sie sagen, Geschäftskunden sollten nicht mit erfasst werden, dann müssten Sie mir bitte nochmal erklären, wie sich das wirklich abgrenzen lässt. Also vielleicht der Unterschied, ob es Standardverträge oder Geschäftsgroßkundenverträge oder wie man es machen könnte. Dankeschön. Die Frage ging an Herrn Riewertz und Frau Tilli, glaube ich. Dankeschön. Antworten wir hintereinander. Kurz zu der Frage, welche Verträge betroffen sind. Die tangiert auch noch das Thema, sind einfache Sprachanschlüsse tangiert oder eben nur Internetzugangsanschlüsse. Da ist aber, glaube ich, auch die einhellige Meinung, dass betroffen sind nur Produkte oder Komplettpakete, die als solche auch als Internetzugangsanschlüsse gegenüber Verbrauchern vermarktet werden. Hinsichtlich der Frage Privatkunden, Geschäftskunden gibt es, glaube ich, eine grundsätzliche unterschiedliche Information, Informationsbasis, weil beispielsweise bei Geschäftskunden häufig kundenindividuelle Verträge ja auf Basis von Verhandlungen laufen. Und insofern bei Geschäftskunden in der Regel nochmal ein höheres Informationsniveau über den Leistungsumfang von Paketen und eben auch die Konditionen vorhanden ist. So, dass die Deutsche Telekom der Meinung ist, dass wenigstens solche Geschäftskundenverträge ausgenommen werden sollten. Allgemeine AGB-Produkte, die beispielsweise natürlich auch an einen Rechtsanwalt oder Zahnarzt gerichtet sind, die werden natürlich aus unserer Sicht dann sinnvollerweise vielleicht auch mit umfasst. Gänzend, Frau Dr. Thiele. Ja, da kann ich mich genau dem anschließen. Das ist auch die Sicht der Mitglieder im VATM, dass man doch den Geschäftskunden ausgrenzen sollte, weil er ein anderes Informationsbedürfnis hat. Das wird auch anders gedeckt. Da bestehen bilaterale Verhältnisse, die haben einzelne Ansprechpartner. Und da macht es wenig Sinn, mit dem Toolset der Transparenzverordnung jetzt auch die Geschäftskunden zu adressieren. Und man kann sich am Begriff des Verbrauchers, könnte man sich unserer Meinung nach orientieren. Der ist ja im BGB geregelt. Dankeschön. Jetzt Kollege Westphal. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Frau Elbrecht. Im sogenannten Produktinformationsdatenblatt ist ja eine verpflichtende Angabe über die Kapazitäten, Down- und Uploads. Und sehen Sie diese Kriterien, die dort formuliert worden sind, als ausreichend? Muss man die konkretisieren? Sind die verbraucherfreundlich? Und was halten Sie davon bei Nichterfüllung von einem Sonderkündigungsrecht für den Kunden? Die Frage ging an Frau Elbrecht. Vielen Dank für die Frage. Wir sind auf jeden Fall der Auffassung, dass diese Angaben in irgendeiner Form konkretisiert werden müssen, weil wir schon sehen, dass Anbieter möglicherweise ihre eigenen Vorgaben, was die Minimal- und Maximalübertragungsraten angehen könnte, sich machen. Also hier müssen Standardwerte eben herhalten. Geben Sie mir bitte den zweiten Teil der Frage nochmal. Also die Transparenzverordnung ist aus Verbrauchersicht schon auf jeden Fall ein mehr als zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Es ermöglicht eben Verbrauchern Angebote besser zu vergleichen, auch während des laufenden Vertrages eben die vertragsgemäßen Leistungen auch zu überprüfen. Allerdings dann, wenn es zu Vertragsstörungen kommen, wenn die Datenübertragungsraten wie vertraglich vereinbart nicht eingehalten werden, sehen wir hier schon Defizite. Hier werden die Verbraucher so ein bisschen im Regen stehen gelassen, weil was nützen die ganzen guten, transparenten Informationen in der Verordnung, wenn Verbraucher unterm Strich nicht die Möglichkeit haben, im Falle von Leistungsstörungen auch entsprechende Rechte geltend zu machen, also sprich eben ein vorzeitiges Kündigungsrecht einzuräumen, beziehungsweise wenn es zu Schäden kommt, vielleicht auch pauschalisierte Schadensersatzansprüche oder auch den Verbrauchern unproblematisch den Wechsel in einen anderen Tarif einzuräumen. Und hier sehen wir ein riesiges Problem, auch aus der Beratungspraxis der Verbraucherzentralen. Wir haben hier permanent Fälle im Frühwarnnetzwerk des digitalen Marktwächters. Da habe ich mir gestern gerade noch mal die Zahlen auch reingeholt. Und die Problematik ist da also sehr, sehr vielschichtig. Aber es zeigt eben, dass die Anbieter da wenig kooperativ sind, wenn Verbraucher unzufrieden sind, in welcher Form irgendwie der Vertrag auch erbracht wird. Also das ist dann so ein bisschen so ein Ping-Pong-Spiel und Verbraucher haben da wenig Möglichkeiten, ihre Rechte auch durchzusetzen. Danke sehr. Jetzt Kollege Lutze. Vielen Dank. Ich habe zwei kurze Fragen an den Herrn Volker Tripp von der Digitalen Gesellschaft. Das erste ist das Stichwort Produktinformationsplatz. Der Begriff, Zitat, normalerweise zur Verfügung stehenden Datenübertragungsrate, Zitat Ende, ist ja sehr schwammig. Wie könnte da eine Konkretisierung aussehen? Und die zweite Frage, die ich habe, geht in Richtung der Überprüfbarkeit der Datenübertragungsrate. Wie kann zum Beispiel die NET-Bundesnetzagentur Vorgaben zu Messverfahren und Parametern machen, damit die durch die Anbieter durchgeführten Messungen der Datenübertragungsrate transparent, verlässlich und auch vergleichbar sind? Vielen Dank. Die Frage ging an Herrn Tripp. Vielen Dank für die Frage. Zunächst mal zu dem Produktinformationsblatt. In der Tat, der Begriff der normalerweise zur Verfügung stehenden Geschwindigkeit ist ja so aus sich selbst heraus nicht verständlich. Es ist ein unbestimmter Begriff. Also bedarf ja der näheren Definition und der Konkretisierung. Wenn man sich dazu mal die TSM-Verordnung anschaut, sieht man, dass dort in dem Erwägungsgrund 18 die Rede davon ist, dass die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit diejenige ist, die dem Endnutzer und der Endnutzerin meistens zur Verfügung steht. Das hilft jetzt nicht besonders weiter, denn auch dieser Begriff ist ja relativ schwammig. Die BEREC selber schlägt ja in ihren Guidelines vor, dass man einen konkreten Zeitraum definiert, beispielsweise 95 Prozent des Tages. Und so etwas in der Richtung würde ich mir auch vorstellen zur Konkretisierung. Man könnte eine bestimmte Stundenzahl, 22, 23 Stunden angeben, aber genauso gut wäre eben auch eine prozentuale Angabe möglich. Genau, das wäre zumindest so zu diesem Begriff, der normalerweise zur Verfügung stehenden Geschwindigkeit aus Verbrauchersicht sicherlich sehr hilfreich. Was die Überprüfbarkeit angeht, die in § 7 geregelt ist, fehlt es halt an jeglichen Vorgaben für Messverfahren und Messparameter. Hier, meine ich, müsste die Bundesnetzagentur ganz klare Vorgaben machen, also auch beispielsweise, was eigentlich jetzt der gemessene Weg ist. Ist es die Datenlaufzeit zwischen dem Provider und dem Anschluss des Endnutzers und der Endnutzerin, oder ist es eben die Verbindung zwischen dem Provider ins Internet rein? Denn je nachdem, was der Provider beispielsweise selber für eine Anbindung an das Internet hat, können diese Ergebnisse doch dann sehr unterschiedlich ausfallen. Hier wäre eben auch beispielsweise wichtig vorzugeben, dass die Messung stattfindet zurzeit mit einer hohen Netzauslastung. Denn wenn sie eben nur dann stattfinden, wenn ohnehin wenig Traffic da ist, dann sieht das Ergebnis deutlich anders aus, als wenn es zu Peak-Zeiten gemessen wird. Insofern, das wären so Vorgaben, die die Bundesnetzagentur machen könnte. Insgesamt, meine ich, sollte sie tatsächlich konkret das Messverfahren und die dabei einzusetzenden Parameter vorgeben, um auch eine viel bessere Vergleichbarkeit zu erreichen. Denn bisher ist es eben so, dass gerade anbieterseitig initiierte Messungen sehr häufig zu dem Ergebnis kommen, dass zufälligerweise genau die vertraglich vereinbarte Maximalgeschwindigkeit geliefert wird. Dass das so mit Sicherheit nicht stimmen kann, liegt, glaube ich, auf der Hand. Und insofern braucht es da eben eine Objektivierung, die bisher in der Verordnung nicht vorgesehen ist. Vielen Dank. Danke. Die nächste Frage stellt die Kollegin Rössner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen an Frau Elbrecht von der Verbraucherzentrale. Das eine bezieht sich eben auch auf die Datenübertragungsraten. Es gibt ja die zwei Studien von der Bundesnetzagentur. Wir haben einen eigenen Breitbandcheck gemacht. Die haben deutlich gezeigt, dass die Anbieter ihre Werbeversprechen deutlich unterschreiten und zwar systematisch unterschreiten und nicht nur wenig, sondern ganz, ganz erheblich. Deshalb haben wir auch einen Antrag formuliert und haben die Idee entworfen, die sich auch auf die EU-Verordnung bezieht, Mindestvorgaben zu machen, dass also das, was versprochen wird, auch zu 90 Prozent eingehalten werden soll. Wäre das nicht ein besserer Weg, ein besserer Vorschlag, um auch die Verbraucher hier in Recht zu setzen sozusagen und klare einklagbare Vorgaben zu machen? Das ist das eine. Und das andere ist die Frage der Kündigungsfristen bei Verträgen. Sie haben ja vorgeschlagen oder sagen, dass es sinnvoll ist, die Kündigungsfrist auf jeder Rechnung auch abzudrucken. Ich weiß, dass es da viele Widerstände gibt. Vielleicht können Sie noch mal deutlich machen, warum das so wichtig ist, was die Transparenz angeht. Danke. Frau Elbrecht. Vielen Dank für die Frage. Ja, also sicherlich gibt es für den Verbraucher mehr Rechtssicherheit, wenn man wirklich eine Mindestangabe vorgibt, was die Datenübertragungsrate angeht. Also zumindest dann auch, wenn man daraus irgendwelche Rechtsfolgen ableiten müsste. Man würde dann wirklich nicht sich in dieser weiten Bandbreite bewegen. Minimal, was ist die normale Datenübertragungsrate und maximal. Also wenn man wirklich sagt, so minimal, das ist tatsächlich auch zumindest zu 90 Prozent auch immer zu liefern, würde das auf jeden Fall hilfreich sein für den Verbraucher. Ja, was die Angabe der Kündigungsfristen angeht auf den Rechnungen, da ist uns natürlich auch nicht entgangen, dass es, also es ist uns, haben wir zur Kenntnis genommen, dass es natürlich schon große Widerstände jetzt gibt seitens der Wirtschaft. Vorgetragen wird ja, dass die Information über die Kündigungsfristen ja bereits über Artikel 246 und 246a EGB gegeben wird. Und das ist richtig, aber es handelt sich hierbei um eine vorvertragliche Informationspflicht. Also ich erhalte wirklich, bevor ich den Vertrag abschließe, diese Informationen, wann und zu welchen Konditionen ich halt den Vertrag kündigen muss. Und das nützt den Verbraucher wenig, wenn er vielleicht schon fünf, sechs Jahre in einem Vertrag drinsteckt. Das hat er dann unter Umständen nicht präsent. Und mitunter kann es natürlich auch sein, dass ihm die ursprünglichen Vertragsunterlagen überhaupt nicht mehr zur Verfügung stehen, beziehungsweise so, wie er vor Jahren den Vertrag abgeschlossen hat, dass er sich schon mehrfach modifiziert hat, durch irgendwelche Zusatzmodule, die dazu gebucht wurden. Dadurch können sich auch Vertragslaufzeiten eben ändern. Aber unabhängig davon geht die Wirtschaft ja auch davon aus, dass gerade Bestandskunden mitunter auch nicht mehr über die Vertragsunterlagen verfügen. So ist es zumindest aus der ersten Verbändestellungnahme vom Juli diesen Jahres zu entnehmen. Also da hat selbst die Wirtschaft gesagt, dass Bestandskunden mitunter die Unterlagen ja auch nicht mehr vorliegen können. Und ja, genau, dann wurde ja noch vorgetragen, dass das Abbilden konkreter Kündigungsfristen daran scheitern könnte, dass sie natürlich sehr individual gehalten sind, also durch Feiertage oder eben, dann sind vielleicht Wochenenden. Bloß hier könnte man halt auch mit Sternchenhinweisen arbeiten, was ja Unternehmen auch gerne machen, dass man sagt, fällt der Kündigungszeitpunkt eben auf ein Wochenende oder auf ein Feiertag, ist eben der nächste Werktag. Also das ist ja auch über AGBs im Grunde genommen so üblich. Also auch das könnte man in den Griff bekommen. Also unser Eindruck ist schon, diese starke Gegenwehr jetzt gegen die Aufnahme der Kündigungsfristen in der Rechnung hat aus unserer Sicht eher den Hintergrund, hier den Anbieterwechsel für den Kunden zu erschweren, wenn nicht sogar eher unmöglich zu machen. Und das wiederum, ich schließe noch mal den Kreis, wie ich es eingangs auch sagte, das bestätigt sich eben auch über die Beschwerden aus unserem Frühwarnnetzwerk in dem digitalen Marktwächter, dass den Verbrauchern wirklich permanent Steine in den Weg gelegt werden, wenn sie den Wunsch haben, den Anbieter zu wechseln. Und wir nehmen schon an, dass es der Hintergrund ist, dass das jetzt vorgeschoben ist. Aber letztlich, die Daten sind ja vorhanden bei den Unternehmen. Und das kann doch jetzt hier nicht so schwierig sein, solch ein Datum auch einfach abzubilden auf einer Rechnung. Dankeschön. Wir treten ein in die zweite Befragungsrunde. Hierzu gebe ich das Wort an den Kollegen Durz. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte zwei Fragen an Frau Dr. Tilli. Zum einen, wie reagieren Sie denn auf diese Vorgabe von Mindestqualitäten? Wie sehen Sie diesen Aspekt? Und zum Zweiten, zum Produktinformationsblatt. Hier soll es einen Dialogprozess mit der Bundesnetzagentur geben, wie man es möglichst marktkonform denn umsetzen kann. Wo stehen Sie in diesem Dialogprozess? Und wie sehen Sie diese möglichst marktkonforme Umsetzung? Frau Dr. Tilli. Ja, Dankeschön für die Fragen. Also wir sehen das als Branche, die Forderung nach den Mindeststandards, insofern kritisch, als dass wir zwar grundsätzlich völliges Einvernehmen haben, dass Transparenz für den Kunden geschaffen werden soll. Und ich denke, da macht sowohl das TSM-Paket als auch der Entwurf der Transparenzverordnung einen wesentlichen Schritt und verpflichtet die Anbieter, die sowohl Mindest- als auch normalerweise und Maximalbandbreiten darzustellen. Aber wir sind eben aufgrund der Art des Produktes dazu gezwungen, Korridore zu vermarkten und nicht einzelvertraglich mit dem Kunden Verträge über seine konkrete Anschlussbandbreite zu schließen. Wenn wir das täten, müssten wir im Umkehrschluss vor Vertragsabschluss bei dem Kunden Messungen durchführen. Das würde einen enormen Aufwand verursachen, den letztlich der Verbraucher trägt und nicht das Unternehmen. Das würde zu höheren Endkundenpreisen führen. Und ich weiß nicht, ob dem Kunden nicht mit den Schritten, die jetzt im Raum stehen, zu sagen, Mindestbandbreite, normalerweise erreichbare Bandbreite, Maximalbandbreiten, ob damit dann nicht dem Verbraucher Transparenzinteresse ausreichend Genüge getan ist, anstatt jetzt weitere Kosten zu produzieren durch einzelbezogene Anschlussmessungen. Das zu dem Thema Mindestqualitäten. Zum Produktinformationsblatt, das ist absolut richtig. Wir stehen da in einem sehr konstruktiven Dialog mit der Bundesnetzagentur. Ich denke, auch da ist wieder Einvernehmen zwischen Branche und Regulierer, dass Transparenz geschaffen werden soll, dass auch ein Produktinformationsblatt durchaus sinnvoll ist. Da drückt die Branche sehr stark der Schuh, dass Einzelheiten eben so geregelt sind, dass sie zu extremen Mehraufwand führen. Ich bringe nur ein Beispiel. Es sind Sondervertriebswege wie Tankstellen, Supermärkte, Drogeriemärkte nicht ausgeschlossen. Und das ist schon praktisch nicht durchführbar. Sie können nicht von verschiedenen Anbietern verschiedenste Produktinformationsblätter dem armen Kassierer in einem Rossmann in die Hand drücken. Ich denke auch, das Informationsbedürfnis ist bei solchen Vertriebswegen viel geringer beim Kunden. Der, der sich über seinen Breitbandanschluss oder den Mobilfunkvertrag informieren möchte, der geht nicht in die Tankstelle und kauft da das Produkt. Also da sollte man unserer Meinung nach abschichten. Dankeschön. Nächste Fragesteller ist der Kollege Barthal. Naja, das ist ja das Problem jetzt mit den Drogerien und so. Aber wenn Sie Korridore vermarkten, gestatten Sie mir die Erwiderung. Dann dürfen Sie aber nicht andere Sachen versprechen, als der Korridor hergibt. Das ist ja das Problem. Aber deswegen habe ich eben auch nochmal eine Frage an Frau Ilbrecht und auch an Frau Weber von der Bundesnetzagentur. Weil ja einer der Punkte ist, wie kann sich denn der Kunde sozusagen wehren. Und wir haben ja jetzt im Verordnungsentwurf drin, dass Verstöße gegen die Verordnung eine Ordnungswidrigkeit sind. Sondern dann findet man aber nichts bei der Frage, wie diese Ordnungswidrigkeit eigentlich geahndet werden soll. Sondern das ist halt ein ordnungswidrig, Punkt. Aber da hat er ja nichts davon, der Verbraucher oder die Verbraucherin. Und Sie haben ja gerade dargestellt, Frau Ilbrecht, dass Sie Sanktionen sozusagen fordern. Wäre Ihrer Meinung nach da ein Sonderkündigungsrecht oder das Bußgeld der bessere Weg? Und an Frau Weber dann in der Folge die Frage. Sie sagen ja, dass die Rechtslage eben solche Sanktionsmöglichkeiten nicht hergibt. Es gibt keine Ermächtigungsgrundlage. Deswegen die Frage, was müsste denn aus Ihrer beider Sicht passieren als Rechtsgrundlage, damit man dem Kunden hier mehr Instrumente in die Hand geben kann? Zunächst Frau Ilbrecht. Vielen Dank für die Frage. Ja, auf jeden Fall fordern wir ein Sonderkündigungsrecht für die Kunden, wenn eben nicht ordnungsgemäß geleistet wird. Eigentlich hat er es ja. Also wenn nicht ordnungsgemäß erfüllt wird, dann hat man eben unter bestimmten Voraussetzungen ein Sonderkündigungsrecht. Für den Verbraucher ist es das Problem, er hat wenig in der Hand, sich letztlich darauf zu berufen. Und deshalb fordern wir auch, wenn ein Verbraucher eben zum Beispiel den Speedtest jetzt über dieses Messtool der Bundesnetzagentur eben betätigt und da klar Abweichungen jetzt im Hinblick auf die Datenübertragungsrate zutage treten, dass das als Beweis des ersten Anscheins gilt gegenüber dem Anbieter. Also der muss sich das entgegenhalten lassen. Das ist ein Ergebnis und er müsste dann vortragen, nein, ich leiste aber doch ordnungsgemäß. Und so ist die Rechtslage im Moment nicht. Und deshalb fordern wir eben in dem Zusammenhang auf jeden Fall auch noch Klarstellung. Dankeschön. Jetzt ergänzend Frau Weber. Das kann der Verbraucher, da bin ich Ihrer Meinung, wenn er über längeren Zeitraum an der Mindestleistung anliegt, das wäre ja da der Fall, dann kann er jeglichen zivilrechtlichen Weg bestreiten. Das kann er jetzt. Das ist völlig außer Frage. Das haben Sie auch schon ausgeführt. Aber ich kann in der Transparenzverordnung, die vom Grunde her ja eine Auswahl des Kunden erleichtern soll, zwischen Produkten, kann ich nicht diese von Ihnen geforderte Norm jetzt unterbringen. Deshalb auch die Frage, also da fehlt es mir an der Berechtigungsgrundlage. Wo müsste denn das gehen? Im TKG. Die Berichtskgrundlage bräuchten wir dafür. Im TKG könnte man zum Beispiel. Gut, danke. Jetzt fragt Kollege Lämmel. Ja, ich hätte nochmal eine Frage an den Herrn Riewertz und an Frau Elbrecht. Es geht nochmal um die Frage der Vermerke auf den Rechnungen über die Vertragslaufzeiten. Wir sind ja nun im modernen Zeitalter. Rechnungen werden ja auch oftmals gar nicht mehr als Papier zugestellt, sondern sie werden ja oftmals auch elektronisch gestellt. Und wäre es nicht eigentlich aus Ihrer Sicht auch ausreichend, wenn man auf der Rechnung sozusagen den Verweis druckt auf ein Internetportal, in dem dann jeder Kunde seine Vertragsdaten, seine Rechnungen und sowas finden kann. Wäre damit nicht eigentlich dieser Sache auch genüge getan? Zunächst Herr Riewertz. Also aus Sicht der Deutschen Telekom stellt sich hier schon die Frage, warum ohnehin für TK-Kunden grundsätzlich andere Regeln gelten sollten, als für andere Verbraucherverträge in sämtlichen anderen Märkten. Es ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar, wieso ein Kunde, der ein TK-Produkt nachfragt oder gebucht hat, auch losgelöst von der Frage, ob es jetzt eine Vertragslaufzeit und Kündigungsregelungen beinhalten, die selbstverständlich für andere Verträge genauso gelten, warum da jetzt ein gesonderter sektorspezifischer Regelungsbedarf besteht. Und wie Frau Elbrecht eben schon ausgeführt hat, sämtliche Regelungen hier dazu sind ja im BGB bereits niedergelassen. Deswegen sehen wir eigentlich überhaupt gar keine Notwendigkeit, in der Rechnung jetzt neue Angaben dazu zu regeln, die für andere Märkte nicht gelten. Und insbesondere jetzt noch das neu hinzugefügte Notwendigkeit der Angabe des Datums, zu dem die Kündigung eingehen muss, ist für uns überhaupt nicht nachvollziehbar. Im Übrigen, Frau Elbrecht hat eben aufs BGB verwiesen. Es gibt auch im BGB sehr wohl Regelungen, beispielsweise im 312f BGB, die auch Angaben zu nachvertraglichen Informationspflichten beinhalten. Und insofern würden wir darauf beweisen, dass auch diese Regelungen grundsätzlich ausreichend sind, auch für TK-Unternehmen. Ergänzend Frau Elbrecht. In der Praxis funktioniert das halt nicht. Also ich sage mal so, man kann ja zusätzlich eben über Onlineportale, über bestimmte Dinge noch informieren, also eben Vertragslaufzeit, Kündigungssachen. Aber wir halten es auch schon wichtig, dass es fortlaufend auch auf den Rechnungen abgebildet wird, weil gerade im Telekommunikationsbereich, also sicherlich die Frage steht im Raum, sollte hier eine sektorspezifische Regelung irgendwie initiiert werden. Andererseits der Telekommunikationsbereich ist sehr, also er ist ja sehr lebendig. Man bucht eben Zusatzpakete dazu, die Vertragslaufzeiten ändern sich. Es gibt dann gebündelte Paketpreise. Also das ist schon sehr intransparent eben für den Kunden. Und gerade wenn eben neue Optionen dazu gebucht werden, ändern sich eben die Laufzeiten mit. Und da mal läuft eine Zusatzoption zwölf Monate, dann wieder 24 Monate. Und das sind ja letztlich auch die Problemfälle, die eben bei den Verbraucherzentralen dann auftreten. Dass die Kunden dann nicht wissen, wie ist denn jetzt mein richtiges Kündigungsrecht? Ich werde darauf verwiesen, nein, nein, der Kündigungszeitpunkt, der ist schon abgelaufen. Also von daher fordern wir an der Stelle schon absolute Transparenz. Dankeschön. Jetzt fragt Kollege Westphal. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Herrn Lefmann. Wie schätzen Sie das ein, was die Messung, die Messmethoden angeht, die ja der Anbieter zur Verfügung stellt? Sind die unabhängig genug oder gibt es dort Qualitätsmessungen, die man vielleicht auch selber nochmal anstrengen müssen? Wie bewerten Sie das? Und wie ist das mit der Beweislast? Muss der Kunde nachweisen, dass er zu wenig Leistung erhalten hat? Oder kann man das vielleicht umdrehen, dass der Anbieter sagen muss, okay, ich muss beweisen, dass ich das geliefert habe? Wie beurteilen Sie das? Und haben Sie darüber hinausgehend zu dem, was hier gefragt wird, vielleicht noch die einen oder anderen Hinweise, die in die Verordnung betreiben müssen? Fragt ist Herr Lefmann. Ja, dankeschön. Zu Ihrer ersten Frage, die Messmethoden. Ich halte es für fragwürdig, wenn die Messungen innerhalb des Hoheitsbereichs des Anbieters stattfinden. Aus dem einfachen Grund, dass er dort ein vollständiges Optimierungspotenzial hat. Sprich, wenn ich als Kunde gegen den Anbieter messe, dann bekomme ich natürlich ein optimales Ergebnis. Wenn der Messpunkt aber außerhalb des Hoheitsbereichs des Anbieters liegen würde, nehmen wir an das Tool der Bnetz A, dann muss die komplette Schrecke gemessen werden. Das heißt, ich habe ein eher realistisches Messergebnis bezüglich der zur Verfügung stehenden Internetanbindung. Weil erst, wenn ich den Provider selber verlasse, dann habe ich auch wirklich Internet. Vorher ist das alles intern. Naja, einige Provider vermarkten ja auch Produkte, die dann nur intern laufen bei denen. Und die würden ganz andere Ergebnisse hervorbringen. Also für mich ist es unabdingbar, dass Messungen außerhalb des Anbieters auf einer neutralen Stelle stattfinden. Das kann die Bnetz A sein oder ein Instrumentarium, worauf sich alle Anbieter einigen oder wie auch immer man das definieren möchte. Die zweite Frage, Thema Beweislastumkehr, ist tatsächlich etwas, wo ich denke, dass ich da die schon vorgetragene Meinung teile, dass der erste Verdacht, dass eine Minderleistung erbracht wird, sollte durch die Messung, die der Kunde initiiert hat, vielleicht auch von mir aus eine über einen bestimmten Zeitraum definierte Messanzahl, sollte ausreichend sein, um den Provider zumindest in die Situation zu bringen, sich mit diesem Thema ernsthaft auseinanderzusetzen, auch wenn es ein einzelner Kunde ist. Die Praxis, die ich heute mitbekomme, ist eher, dass man da anruft und sagt, ich habe ein Problem im Internet. Dann wird eine vom Anbieter initiierte Messung durchgeführt. Die findet wiederum statt vom Anbieterknoten zum Endkunden. Und dann wird gesagt, nee, läuft alles. Aber das spiegelt ja nicht die Realität wieder. Also da muss dem Verbraucher meines Erachtens mehr an die Hand gegeben werden, um zu sagen, okay, der Anbieter muss wirklich jetzt auch nachweisen, dass alles in Ordnung ist. Ja, und ansonsten Ihre letzte Frage, was habe ich noch dazu zu sagen? Das sind halt so Aspekte, die die Messung muss viel, viel genauer definiert werden. Die Rahmenbedingungen müssen präzisierter werden, als sie aktuell im Verordnungsentwurf sind. Da gehen wir jetzt in technische Bereiche rein, wo das Thema Paketgrößen einen nicht unerheblichen Einfluss hat auf die Laufzeiten, die dort angegeben werden sollen. Das heißt, wenn ich nicht definiere, wie groß das Paket ist, mit dem gemessen wird, habe ich keine Aussagekraft in der Paketlaufzeit, die aber dem Kunden als transparent und als Vergleichsmöglichkeit angegeben werden soll. Also generell Anbieter-Unabhängige Messungen, definiertere Rahmenbedingungen und dazu auch noch für den Verbraucher nützlich wäre eine definierte Angabe der Einheit, in der ich etwas publiziere. Das heißt, wenn ein Anbieter gibt irgendwas in Größen Einheit A an, der andere gibt das in Größen Einheit B an, das ist etwas, damit kann der Verbraucher nichts anfangen. Also ich vermute, dass der Großteil der Verbraucher eine Umrechnung von Kilobit in Megabit nicht aus dem Stand kann. Das heißt, wenn ich da Anbieter A sagt Kilobit, Anbieter B sagt Megabit, ich als Verbraucher weiß nicht, was gemeint ist. Danke. Danke schön. Die nächste Frage wird gestellt vom Kollegen Lutze. Ja, vielen Dank. Ich habe nochmal zwei Fragen an den Herrn Tripp von der digitalen Gesellschaft. Das eine ist ein bisschen, glaube ich, ein Problem, was noch gar nicht so hier besprochen wurde. Es gibt ja die angestrebten Regeln für mehr Transparenz, gelten ja nur für die Internetzugangsdienste. Laut der EU-Richtlinie für einen einheitlichen Telekommunationsmarkt dürfen Telekommunationsunternehmen jedoch auch für sogenannte Spezialdienste Angebote machen. Welche Problematik besteht hier und sollte die Transparenzordnung nicht auch für diese sogenannten Spezialdienste gelten? Und dann aus der Diskussion heraus noch eine zweite Frage. Es ist vorhin gerade gesagt, naja, bei Drogeriemärkten, Supermärkten und so weiter, da kann man dann bestimmte Sachen eben nicht gelten lassen. Das klang für mich ein bisschen so, dann gibt es dort halt eben keine Beratung, weil die Verkäuferin oder der Verkäufer, der da an der Kasse steht, nicht beraten werden kann. Meine Auffassung ist, vielleicht teilen Sie die, keine Ahnung, wie Sie das sehen, das würde mich interessieren, wenn ich ein Produkt verkaufe, von dem ich keine Beratung abgeben kann, dann habe ich eher den Anspruch, dann kann ich das Produkt nicht verkaufen. Also ich kann auch nicht irgendwo eine Waschmaschine verkaufen und weiß nicht, wie die anzuschalten geht. Da waren wir ja um Fachhandel. Und jetzt Internet noch mal ausgenommen, da kann man sich auch anders informieren. Aber ich sage mal so, an der Stelle fand ich die Diskussion vorhin schon ein bisschen fragwürdig. So, die Frage ging an Herrn Tripp. Ja, vielen Dank. Zunächst zu den Spezialdiensten. In der Tat, die Transparenzverordnung bezieht sich bislang ausschließlich auf Internetzugangsdienste. Daneben erlaubt aber ja gerade die Telekom Single Market Verordnung auch das Angebot von Spezialdiensten. Aus meiner Sicht ist nicht verständlich, dass die Spezialdienste in der Transparenzverordnung komplett ausgeklammert sind. Zum einen ist es ja so, dass wenn Spezialdienste über dieselbe Infrastruktur angeboten werden, wie Internetzugangsdienste, besteht die ganz realistische Möglichkeit, dass die Qualität der Internetzugangsdienste darunter leidet. Das lässt sich auch bereits daran ablesen, dass eben eine entsprechende Regelung genau zu dieser Problematik sich auch in der Telekom Single Market Verordnung findet. Das bedeutet eben, zum einen haben diejenigen Kundinnen und Kunden, die Internetzugangsdienste in Anspruch nehmen, durchaus ein berechtigtes Interesse daran zu erfahren, ob der Anbieter, bei dem Sie Ihren Zugangsdienst buchen, parallel auch Spezialdienste anbietet und wie diese Spezialdienste sich gegebenenfalls auf Verfügbarkeit und Qualität des Internetzugangsdienstes auswirken. Gleichzeitig haben diejenigen Kunden, die eben einen Spezialdienst buchen, genauso ein Informationsinteresse wie die Kundinnen und Kunden, die einen Internetzugangsdienst buchen. Das heißt, auch die Kundinnen und Kunden, die Spezialdienste in Anspruch nehmen, möchten gerne wissen, bekomme ich wirklich diese Qualität, die mir dazu gesichert wird? Wie kann ich das ganz genau überprüfen? Was passiert, wenn ich feststelle, dass die versprochene Qualität nicht eingehalten wird? Aus dem Grund bin ich der Auffassung, dass die Transparenzverordnung sich eben auch auf Spezialdienste erstrecken sollte. Dazu noch abschließend der Hinweis, dass sowohl die Verordnungsermächtigung im TKG als auch die Regelungen der TSM-Verordnung würden genauso etwas hergeben. Die TSM-Verordnung sieht ja eben vor, dass über die Informationspflichten, die in der Verordnung selbst geregelt sind, hinaus die nationalen Regulierungsbehörden die Möglichkeit haben, darüber hinausgehende Anforderungen zu stellen. Und auch die Regelung im TKG würde ohne weiteres ermöglichen, diese Verordnung auch auf Spezialdienste zu erstrecken. Zu der zweiten Frage, was ist davon zu halten, von dem Einwand, dass ja an Verkaufsstellen wie Supermärkten und so weiter keine vernünftige Information stattfinden kann? Also mit Sicherheit findet da im klassischen Sinne keine Beratung statt, also ein ausführliches Beratungsgespräch an der Supermarktkasse. Das kann man sich kaum vorstellen. Allerdings ist für mich absolut nicht einzusehen, was dagegen sprechen würde, eben ein Produktinformationsblatt dort vorzuhalten und den Kunden eben zu übergeben in dem Augenblick, in dem Sie dann da Ihre Plastikkarte oder so hinlegen, die dann eben stellvertretend für den Internetzugangsdienst steht, den Sie da buchen möchten. Also insofern meine ich, also da sehe ich, ich kann diesen Einwand einfach nicht nachvollziehen, weil das Vorhalten von unterschiedlichen Informationsblättern bedarf ja keiner besonderen Sachkunde oder ähnlichem. Also insofern bin ich der Meinung, dass dieses Produktinformationsblatt wirklich bei jedem Erwerbvorgang ausgehändigt werden muss. Vielen Dank. Und schließlich Kollege Janicek. Ja, eine Frage an die Bundesnetzagentur. Frau Weber geht zum Produktinformationsblatt. Da haben wir Absatz 2 Nummer 6c. Da soll ja jetzt künftig drinstehen, wenn im Vertrag eine Volumenbeschränkung vorhanden ist, dann muss man auch angeben, welche Dienste und Anwendungen dann in diesem vertraglich vereinbarten Datenvolumen eingerechnet werden. Jetzt ist es aber so, dass man insgesamt keine Bevorzugung von solchen Diensten machen darf. Aber also widerspricht das nicht ein Stück weit dann dieser Verordnung dann, also dass man das Stichwort Zero Rating sozusagen in dem Kontext nicht beachtet. Und eine Frage habe ich noch an die Frau Elbrecht, nämlich zur Mindestvertragslaufzeit. Wir haben ja weiterhin jetzt ein bisschen bessere Transparenz bei 24 Monaten, aber wir haben die 24 Monate und wir haben Wandelverträge zusätzlich. Also Sie haben halt Internet, Telefon, Fernsehen im Paket und machen einen Vertrag und können aber da nicht aus einem von den drei wieder raus. Ja, vielleicht dazu nochmal eine Stellungnahme. Zunächst Frau Weber. Was Sie ansprechen, ist die Frage der Drösselung und das soll der Kunde schon wissen, wann die einsetzt. Man hat sich kaum gehört. Ich könnte das gerne nochmal wiederholen. Ja, es ist die Frage der Drösselung und da will der Kunde schon wissen, wann die einsetzt. Das soll festgelegt werden. Jetzt ergänzend Frau Elbrecht. Nicht ergänzend, sondern zu der Fragestellung, ob 24 Monatsverträge noch zeitgemäß sind. So in diese Richtung ging ja die Fragestellung. Kann ich nur mit einem klaren Nein beantworten. Also ich sehe eigentlich nicht die Sinnhaftigkeit. Man mag darüber spekulieren, was der Hintergrund ist, weil ich denke mal, die bundesdeutschen Haushalte sind mittlerweile von der Technik so ausgestattet, dass es sich nicht rechtfertigen lässt, wenn jetzt ein Anbieter vielleicht die Technik zur Verfügung stellen muss und deshalb entsprechend lange Vertragslaufzeiten her müssen, damit sich das unterm Strich dann halt auch rechnet. Also 24 Monatsverträge verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht im Telekommunikationsbereich. Dankeschön. Wir sind damit auch am Ende der zweiten Fragerunde angelangt und im Grunde genommen damit am Ende der verabredeten Summeanfragerunden. Nachdem aber manchmal beklagt wird, dass zu wenig Beratungszeiten zur Verfügung steht, frage ich jetzt ausdrücklich, ob weitere ergänzende Fragen gewünscht sind. Ja, ich würde jetzt aber dann abgehen von den üblichen Mustern 2-2-1, weil da müssen wir jetzt mit 10 anfangen, das würde ja alles sprengen und die Opposition käme dann erst auch wieder ganz, ganz hinten. Also wäre der Opposition auch nicht gedient. Darum einfach sozusagen aus der Hüfte in der üblichen, ich schlage jetzt vor, einfach in der üblichen Fraktionsrunde, dass wir die Zeit nochmal nutzen, wird die Frage nochmal ja vom Abgeordneten Lämmel und dann Kollege Dörmann. Ja, ich hätte nochmal ganz kurz eine Frage an den Herrn von der Telekom und an Frau Tilli. Es geht nochmal um den Geltungsbereich, breitbandische und schmalbandische Internetanschlüsse. Also das gab ja im Vorfeld die Diskussion, man sollte nur die breitbandischen Internetanschlüsse in der Verordnung erfassen. Meine Frage an beide, ist das wirklich abgrenzbar? Was wäre das abgrenzbare Kriterium und vielleicht an den Herren von der Telekom noch zusätzlich, wie viele schmalbandische Internetanschlüsse existieren denn wirklich noch? Die Fragen gingen an Herrn Riewertz und Frau Dr. Tilli. Herr Riewertz. Also grundsätzlich lassen sich diese beiden Anschlussarten natürlich klar differenzieren, weil sie beim normalen Sprachanschluss, und der wird ja auch nicht als Internetanschluss vermarktet, ist es so, dass der Kunde lediglich über das Schmalband-Einwahlverfahren Internetdienste theoretisch abrufen kann. Das ist aber, Ihre Frage geht schon in Ihre richtige Richtung, etwas, was im Zeitablauf natürlich immer weniger noch tatsächlich genutzt wird. Also und genauso geht Ihre Frage in die Richtung, wie viele Kunden gibt es überhaupt noch mit einfachem Sprachanschluss? Im Zeitablauf sind die meisten Kunden bereits hin zu breitbandigen Anschlüssen migriert. Es gibt noch so drei bis vier Millionen einfache Sprachanschlüsse, die aber in den nächsten Jahren wahrscheinlich zum guten Teil auch noch in den Bereich der breitbandigen Internetanschlüsse migrieren werden. Frau Dr. Tilli ergänzen. Ja, Herr Riewertz hat es ja schon ausgeführt. Es geht eben darum, dass die schmalbandigen Internetanschlüsse, die theoretisch Internetanschlüsse sind, aber nicht als Internetanschlüsse genutzt werden, auszunehmen aus dem Anwendungsbereich, um da nicht Informationspflichten zu kreieren, wo kein Informationsdefizit ist, weil es schlicht nicht für Internetzugangsdienste genutzt wird. Und ich glaube, der Ansatz über die Vermarktung als Internetzugangsdienst ist tatsächlich der treffendste für diese Abgrenzung. Danke. Jetzt Kollege Dörrmann. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Nachfrage richtet sich an Frau Weber und Frau Elbrecht. Ich bin ein bisschen provoziert worden von Herrn Riewers, der gesagt hat, warum haben wir überhaupt hier eine Sonderregelung? Ich will mal auf zwei Aspekte hinweisen und da die Nachfrage stellen. Das eine ist, in diesem Falle hat ja die Messung der Bundesnetzagentur festgestellt, dass die Leistung eben stark von der vermarkteten Leistung abweicht. Das heißt, der Kunde weiß im Einzelfall oft gar nicht, welche konkrete Leistung er am Ende bekommt, weil es natürlich auch technische Parameter hat, ist mir auch klar. Aber es geht ja darum, die Diskrepanz einer vermarkteten, beworbenen Leistung zu dem, was jemand bekommt. Und das Zweite ist die Frage des Sonderkündigungsrechts, das zwar nach allgemeinen BGB-Vorschriften bei Schlechtleistung dann gegeben wäre, aber wo ja das Problem ist, wie beweise ich das und über welche Schwelle muss ich kommen? Und deshalb meine Frage an die beiden Damen. Sie haben ja auch Erfahrung von Verbraucherbeschwerden. In diesem Zusammenhang, welche Verbraucherbeschwerden sind da bei Ihnen besonders im Fokus? Und wenn Sie mal darstellen können, was wird von diesen Problemen am Ende wirklich faktisch gelöst und was nicht? Weil unsere Fragestellung am Ende wird ja sein, müssen wir an dieser Stelle die Verordnung, den Verordnungsentwurf schärfen, so wie Herr Tripp beispielsweise gesagt hat, wir brauchen bestimmte Klarheiten bei den unbestimmten Rechtsbegriffen beziehungsweise Parametern? Oder müssen wir vielleicht auch, was zum Beispiel Sanktionen angeht, das TKG noch mal anpacken, weil das hier in der Verordnung gar nicht geregelt wird? Also das ist für mich auch der Sinn dieser Anhörung, diese beiden Punkte mal herauszuarbeiten und wenn Sie das vielleicht aus Ihrer Sicht noch mal präzise auf einen Punkt bringen könnten. Zunächst Frau Weber. Wir haben ja diese Messungen deshalb durchgeführt, um erstmal überhaupt anstand zu haben, wie ist die reale Wirklichkeit. Und aufgrund dieser Messungen und der erzielten Ergebnisse ist ja die Transparenzverordnung in Angriff genommen worden. Und wir gehen davon aus, dass wenn der Kunde Wahlmöglichkeiten hat, die hat er dann ja, er kann ja vergleichen durch das Produktinformationsblatt, das hat er jetzt momentan ja nicht. Jetzt kauft er ja teilweise auch Fantasieprodukte. Dann hat er das Produktinformationsblatt und kann sich auf dem Markt besser bewegen. Dann hat er natürlich von vornherein auch bessere Möglichkeiten, den Anbieter, der seinen Bedürfnissen entspricht, auch zu wählen. Auf der anderen Seite haben wir, Sie fragten, welche Möglichkeiten gibt es. Wir haben die Möglichkeit auch der Schlichtungsstelle, auch in unserem Hause. Und da sind wir bisher, also in den durchgeführten Schlichtungsverfahren, immer zu einem Erfolg gekommen, teilweise auch zu einem guten Kompromiss, aber zum Erfolg für den Kunden. Und jetzt noch Frau Elbrecht. Danke. Ja, zu Ihrer Frage, welche Beschwerden wir im Fokus haben. Wir haben jetzt keine speziellen Beschwerden im Fokus, sondern können nur das rückspiegeln, was die Verbraucher auch an uns herantragen. Und das sind eben wechselwillige Kunden. Mit welcher Motivation Sie den Anbieter jetzt wechseln möchten, das können wir jetzt natürlich so nicht, also da fragen wir halt auch nicht nach. Wir können wirklich nur letztlich abbilden, dass es eben Probleme gibt, den Anbieter zu wechseln, dass es zu diesem berühmt-berüchtigten Ping-Pong-Spiel kommt. Aber so, wenn man jetzt auch Recherchen anstellt, es gibt diverse Foren, in denen sich Verbraucher auch darüber beschweren, dass sie mit den Datenübertragungsraten eben nicht zufrieden sind und sich da so ein bisschen machtlos ausgeliefert fühlen, auch gegenüber den Anbietern. Dass Verbraucher dann eben vertröstet werden, eben abgestritten wird seitens der Unternehmen, dass die Datenübertragungsraten eben natürlich sehr individuell sind, von sehr speziellen Faktoren eben möglicherweise auch beeinflusst werden. Aber letztlich ist es für den Verbraucher einfach schwierig, da auch sein Recht durchzusetzen gegenüber seinem Vertragspartner. Und deshalb denken wir schon, es ist wichtig, wenn man eben ein objektives Messtool hat, eben wie bei der Bundesnetzagentur und dort wirklich auch richtige Belege hat. Hier so viel Datenübertragungsrate wird nur geliefert. Das ist nicht mehr vertragsgemäß. Dann muss es eine ganz klare Rechtsfolge geben. Kündigung, Sonderkündigungsrecht, vielleicht ein Anspruch auf einen anderen Tarif. Auf jeden Fall muss dem Verbraucher irgendwas an die Hand gegeben werden, damit er letztlich auch seine Rechte durchsetzen kann. Danke. Dankeschön. Jetzt für den Kollegen Lutzel. Eine Frage hätte ich an Frau Dr. Tilli und an Herrn Tripp. Wir hatten gerade auch kurz dieses klassische Kündigungsrecht mit dem Stichwort 24 Monate gehabt. Jetzt kommt ja die 24 Monate nicht unbedingt, weil die Telekommunikationsunternehmen da irgendwen gängeln oder drängeln wollen, sondern weil schlichtweg hochwertige Geräte mit verkauft werden. Ob das nun das Mobiltelefon ist oder ein Modem oder eine ganze Telefonanlage und so weiter und so fort. Und das rechnet sich natürlich nur über den Zeitraum, dass man eine gewisse Mindestvertragslaufzeit hat, sprich eine Kündigungseinschränkung von 24 Monaten. In der Verkehrspolitik haben wir vor einigen Jahren mal Netz und Betrieb voneinander getrennt. Da gab es auch viel Diskussion pro und konnte auch darum. Aber was spräche denn dagegen, genau darauf zu achten, dass so was künftig, solche gekoppelten Geschäfte vielleicht künftig eben nicht mehr möglich sind? Dass der Gesetzgeber quasi dort einschreitet und sagt, Kündigungsfrist nach unten und wenn jemand nebenbei noch was verkaufen will, kann er das gerne tun, aber das dürfte nicht Bestandteil dieser Telekommunikationsverträge sein. Frau Dr. Tilli. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Also zu dem Kündigungsrecht nochmal möchte ich gerne nochmal darauf hinweisen, also natürlich gibt es das nach dem BGB und auch in dem TSM-Paket ist ja klar geregelt, dass bei Nichterfüllung der Kunde, dem die Ansprüche zustehen. Ja, also da sehe ich eigentlich jetzt, und die ist unmittelbar geltendes Recht, also ich sehe da gar keinen Bedarf bei der Transparenzverordnung, das jetzt Thema aufzugreifen. Genauso ist geregelt da ja auch, dass das Tool, das zertifizierte Tool, diesen Anschein erweckt. Also auch da gehen wir, glaube ich, verstehe ich nicht ganz, warum die Diskussion sich an dieser Stelle darum dreht. Und bei den 24 Monaten, was das mit der sicherlich immer denkbaren Forderung von Trennung von Netz und Vertrieb, was das mit den 24 Monaten insofern zu tun hat, sehe ich nicht ganz, weil wir verkaufen ja nicht das Netz, sondern zum Beispiel Mobilfunkendgeräte sind subventioniert und erfordern es eben, dass man dann für 24 Monate den Vertrag abschließt. Nichtsdestotrotz hat der Kunde ja auch die Möglichkeit, ohne subventioniertes Gerät einen Vertrag mit kürzerer Laufzeit abzuschließen. Ergänzend Herr Tripp. Ja, ich sehe gerade angesichts der Tatsache, dass die Transparenzverordnung ja eine Information von Kundinnen und Kunden anstrebt und sie damit eigentlich in die Lage versetzt, verantwortungsvoll auch gegenüber dem Provider handeln zu können, eigentlich keine Notwendigkeit, dass man derartige Verträge verbietet. Ich meine, es sollte durchaus den Anbietern freistehen, ob sie solche subventionierten Geräte anbieten, dann eben in einer entsprechend längeren Vertragslaufzeit oder ob sie auch voneinander getrennte Verträge anbieten möchten. Entscheidend ist eben aus meiner Sicht, dass dem Kunden, wenn es denn dann solche Verträge gibt, auch entsprechende Informationen zukommen. Und da würde ich vielleicht gerne nochmal insbesondere zu den Regelungen der Kündigungsfrist und der Angabe der Kündigungsfrist in der Rechnung sagen, dass sich auch die Argumente, die dafür vorgebracht wurden, für nicht besonders stichhaltig, die Argumente dafür, dass man das nicht machen könne. Es wurde ja beispielsweise gesagt, dass also die Berechnung der Kündigungsfrist nach den 188 folgenden BGB ja viel zu kompliziert sei, als dass man sie in der Rechnung angeben könne. Kurz darauf wird dann aber darauf verwiesen, dass man das ja im Kundencenter erfragen könnte, beziehungsweise, dass es ja auch Apps gäbe, die genau diese Leistung erbringen. Also dann kann es ja auch nicht so besonders schwer sein, diese Daten, wenn man sie ohnehin hat und offenbar auch automatisiert beispielsweise durch eine App berechnen kann, in der Rechnung anzugeben. Genauso meine ich, wäre es auch erforderlich, dass man den Kunden auf der Rechnung mitteilt, wo genau sie diese Kündigung denn hinschicken müssen. Das ist auch häufig ein Problem, dass Leute nicht ganz genau wissen, was denn jetzt die richtige Adresse ist, um die Kündigung zu versenden. Also das heißt, in anderen Worten, ich finde, es kann solche Verträge ruhig geben. Es muss dann eben flankiert werden durch eine entsprechende Information der Verbraucherinnen und Verbraucher. Ja, Dankeschön. Weitere Wortmeldungen liegen mir jetzt nicht vor, sodass wir auch diese Ergänzungsrunde abschließen können. Ich möchte mich abschließend bei Ihnen, den Sachverständigen, ganz herzlich für Ihr Hiersein und Ihre Antworten bedanken. Wir sind damit am Ende unserer Anhörung und ich kann deshalb diese Anhörung und Sitzung schließen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.